Let's play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Oh, ist nicht meine Insel. Gott sei Dank. Nur zu, bringt das Saatgut aus, auf das es reiche Früchte trage. Welches Saatgut? Mein Schiff ist gerade Traun. Äh, Daun statt Traun. Naja, das wird wohl nichts mehr. Nein, jetzt kommt die Assi schon wieder. Ja, was du nicht sagst. Das ist mir auch aufgefallen. Was denn hier jetzt schon wieder? Noch mehr Feuer oder was soll der Scheiss? Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ja, soll er doch, zumindest mal bis da. Mann, ey. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das würde mich hingegen gar nicht. Leute. Fragen wir doch nicht ständig das Gleiche. Das gibt's ja wohl einfach nicht. Wir haben keinen Platz mehr. Das weiss ich, Mensch. Wenn man die Milch steigt. Die Milch, die Milch, die Milch, die Milch, Milch, Milch. Scheiss, wir müssen eigentlich hier ein bisschen ausweiten. Ich möchte das Ganze nach unten verlagern. Oh, 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 oh. Und die Schenk muss ich auch bald wieder füllen. Das ist ein heisser, aber ganz ein heisser. Eine mittenrische Flotte dringt in ihr Hoheitsgebiet vor. Ach, das ist nichts Neues. So, die baue ich jetzt mal ab, weil hier will ich dann vermutlich neue Häuser bauen. Und hier dann sonstige Vergnügungsanstalten und ja halt Gebäude, die halt noch gebraucht werden. Ihr versteht schon nicht wahr. Oh, geht ja gar nicht. Schei, klar, mach es halt in der Mitte. Jetzt war nicht so so. Da kann ich hier ganz einfach Häuser bauen. Nein, geht ja doch nicht, ich trottel. Ja, wie gesagt, mach es halt in der Mitte. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Hey, wieso ist ein Haus? Ach so, ein Haus ist dreibreit. Ah, jetzt verstehe ich es. War mein Fehler, war mein Fehler. Kannst du ja trotzdem machen, so. Wie immer. Da haben jetzt meine Leute ja grosse Klasse. Ja, 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 wo ist das jetzt? Wo ist da was passiert? Nichts gut. Ähm, das wird repariert. Sehr schön. Ich habe 16 Hanf. Wie lange wartet der noch? Dreieinhalb Minuten und der... Okay. Ich versuche es mal wahr. Auf gut Glück. Ähm, Nymphe hat mich gefreut. Was hat sich gerade für ein Gebäude getroffen? Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Wie oft muss man das noch anhören? Nein, mal ernsthaft. Wie oft noch? Oh. Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuss zu fassen. Bin ja selber schuld, nicht wahr? Wieso mache ich auch hier oben so einen Quatsch? So hat er was zu tun. Ein neues Flaggschiff steht zum Verkauf. Ja, das steht da schon lange. Das Problem ist nur, ich habe keine Kohle dafür. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch einen Einwohner. Sind bereits eingezogen. 44 durch 8. Das geht auf. Das ist schön. Bei denen. 1585. 1885. Das machen und... Stimmt auch. Naja, ungefähr. Wohl, stimmt. Stimmt ja. Man steuert 540. Ist das geil. Ja, wenn es mal dabei bleiben würde. Noch was upgraden? Naja, nichts mehr. Das ist doch scheisse. Sollen die eigentlich auch noch steuern oder hauen die ab? Ne, die bleiben. Wo sie sauer sind, bleiben sie. Haha. Seid ihr doof? So, noch ein bisschen mehr Steuern sparen. Ne, ich warte noch. So, hier. Man kann es bitte mal ein bisschen schneller machen hier. Alter, was macht der da? Ferien auf meine Kosten oder was soll der Scheiss? Ja, offenbar. Nix, der macht nix. Der macht Ferien. Ja, soll er doch. Ey, soll er doch. So, wie sieht es hier aus? Tja, sieht scheisse aus. Bei zwei Schiffe, nicht wahr? Die haben echt nichts besser zu tun, als mich hier abzufangen ständig. 6 Tonnen Hanf. Ich werde es noch kurz über Bord. Hmm. So, ähm. Ja. Seil, was macht meine Seile? Mann, Scheisse. Sein Schiff ihrer Flotte wurde von Feinden vernichtet. Ja, was du nicht sagst. Ist mir noch nie aufgefallen. Mann, ich brauche mehr Hanf. Aber definitiv. Und zwar gleich zwei. Ähm. So, der eine mache ich mal hier hin. Ihre Wasservorräte werden knapp. Oh je, oh je. So, Leute. Können wir mal ein bisschen mehr Steuern hier zahlen? Kommt schon ein bisschen schneller. Ich habe 517 plus. Das muss für eine Weile reichen. Geht doch. Lass mich raten. Ja, das war ja klar. Dass das auch nicht geht. Ah, jetzt geht sie doch. Jetzt geht sie doch nicht. Mann. Äh, Diplomatie. Das war gerade eine Rute. Diplomatie. Leute. Kann ich dir ein Kompliment machen? Oh. Es stört dich also nicht, wenn sich eine Marqueser wie ich unter das einfache Volk mischt. Natürlich nicht, Süsser. Du bist viel zu hübsch da zu... Worum geht es? Äh, Schmeichel. Ihr wünscht, ich wäre euer Vater. Äh. Nun. Auch ich habe euch ins Herz geschlossen. Oh, ist der alte Süss. So, du musst auch Steuern der Kappen. Ihr wagt es. Was? Nein. Nicht so. So rumwenn schon. Den Teufel werde ich tun. Dann geh doch zum Teufel. Mensch. Du wagt es. Wie immer. Was habt ihr dem Rat der Zehn anzubieten? Äh. Ups. Ah. Schön, dass ihr da seid. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmt dieses Darlehen. Dankeschön. So. Was wollte ich machen? Ah genau. Hamf. Ich wollte hamfen. In Gold für diesen neuen Schiffenstapel. Ich habe hier noch 20 Sekunden. Das reicht nie mehr. Äh. Ja. Jetzt wird der auch noch... Die Verbündete. Niemand hat bisher eine Begegnung. Moment mal. Ich spüre eure Angst. Nein, doch nicht. Ich dachte gerade wir im Verbündete. Das wäre es noch gewesen. Ähä. Tötötötö. Ich habe hier. Ja. Se helped. Bedauerlich, weil bei war es so wichtig. Ja sorry, aber du siehst meine Not logistics hier. Das ist einfach asozial was hier getrieben wird. Da kann ich auch nichts für. Ähähhh. Alter kannst du mal mal hier ein bisschen. Wieso macht der nix mehr? Wollen sie nicht zufrieden sind, oder was? Äh, Zimmermann, du müsstest die hier verbessern. Hallo? Dazu bist du da. Passiert ja nichts, weil sie nicht zufrieden sind. Musst du gleich mal testen. Könnte zwar sein, aber fände ich jetzt ein bisschen seltsam. Ne, das Spiel mit dem Verarschen. So sieht's doch aus. Es geht doch nicht hoch, nur weil sie glücklicher sind. Nee, der geht nicht hoch, der geht niemals hoch. Die wollen einfach in zerstörten Häusern wohnen. Tja, das sollen sie doch von mir aus. Ist doch scheissegal mittlerweile. Ich will Geld. Alter, noch so ein dämlicher Spruch. Und ich schwör dir, ich stopfe deine übergrossen Augenbrauen in die Fresse. Häusius ist von einer Aura umgeben, die mir das Bluten in Adern gefrieren lässt. Seid ihr verschwiegen nur, um diesen Auftrag auszuführen? Klar doch. Wieso immer Gewürze? Ich habe selber kaum. Das ist ja von mir aus, bis dahinten soll es eigentlich noch arbeiten. Bis soweit ist, aber sowieso wieder ein normales Schiffchen. Hoferdorst mindestens mal. Das mache ich auch einfach. Jetzt werden wir schon alle Probleme lösen. Ja, vertraut auf Gott. Ich vertraue lieber auf mich selbst, aber das ist ja mein Ding. So, dann kann ich jetzt mal weg. Dann kann es mich eh nur steuern. Nein, alles steuern, einfach Unterhalt. Unterhaltskosten, Mensch. So, jetzt haben wir wieder Normalsteuer. Ähm. Ich bekomme wieder Geld. 515 hat bereits Plus. Das ist cool. So, Alter. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen Zeit hier. Ich schlage ein. Wie heisst das Schiff? Lorelei. Hm. Für ein erstes Schiff ist natürlich nicht so der ultimative Name, aber es muss reichen. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ja, ich habe ein bisschen mehr Geld, aber dafür weniger Vorräte. Was? Alter, haben wir so... Oh. Hehe. Ja, manchmal bin ich auch nicht so helle. Was der Wetter hat sich gelegt. Hm. Transportwege. Könnte ein bisschen schwierig werden, wa? So, jetzt mache ich den noch hier hoch. Sehr schön. Da verhabe ich das Geld. Da verlohnt er sich. Und jetzt wird es Zeit. Hey, das müsste ich reichen. Hier, das Ganze nachher abzudecken. Obst. Obst, sag ich schon. Most natürlich. Most braucht die Welt. Hiß man einen folgenden Titel. Oh. Fische, Fische, Fische. Ich brauche mehr Fische. Hm. Kann ich das auch hier drüben machen. Ich habe sonst ein bisschen viele hier. Ja, das ist doch gut. So, zwei Fische muss ich aber reichen. Also, wenn ihr noch mehr wollt, dann... Ja, müsst ihr selber gucken. Müsst ihr selber. Gucki, gucki. Äh. Mach es so. Mach es. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, das ist auch nichts Neues. Ist doch eh gleich da. Ja. Nein. Wieso zwei? Natürlich ein Korsanschiff auch noch. Nur allein haltet durch. Du musst nur hier rein. Du musst nur hier rein. Zwei kleine Kriegsschiffe. Ich kriege die Motten. Müssen aber eigentlich reichen, wa? Ja. Ging das Animus niemals auf. In nur einem Flaggschiff. Das reicht nicht. Komm schon, komm schon. Hast du vielleicht geschafft? Mit einem Fuss muss er zu Hause. Und sie ziehen ab. So, jetzt kann es repariert werden. Meine Fresse, hey. Sogar vom Weg nach Hause wird er schon angegriffen. Das ist einfach nur... Einfach unfair. Mann. Ich hasse das Spiel. Ne, Quatsch. Wenn ich es nicht sassen würde, würde ich es nicht spielen. Ist ja logisch, oder? So, jetzt wird repariert, wie sie das gemacht haben. Keine Ahnung. Vielleicht doch der Handwerker. Ne, ne? Bist du doch dabei? Nö. Ne, der macht nix. Der macht nix. Nope. Der ist glaube ich irgendwo anders beschäftigt. Kann das sein? Tja. Hm, Silavi. So, Lucius. Was machst du, alter Arschlag eigentlich? Hm. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Interessiert mich nicht. Ich habe hier Steinwege. Wenn ich da mal ein bisschen Zeit habe, warum nicht? Du, 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 du. Ist zwar etwas für später eigentlich, aber andere Sorgen. Ich weiss, aber... Wenn Not am Mann ist, nicht... Wie teuer ist das eigentlich? Alter, ihr kostet alles Geld. Aber echt alles. Das dauert noch eine Weile, bis ich in dem Zustand bin, wo ich sagen kann, jo, ich habe keine Geldsorgen mehr. Ist einfach zwar immer wieder, das ist nicht das Problem, aber... Momentan gerade so. Kannst du bitte mal hier ein bisschen reparieren? Was ist hier los? Arbeitsverweigerung? Geht's noch? Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ah, Gott sei Dank. Süße, ich liebe dich. Gerade habe ich an dich gedacht. Oh. Er liebt mich vermutlich gerade nicht. Hm. Wie schön euch wiederzusehen. Kann ich hierbei auf euch zählen? Jo, das kennst du. Ich mache rum, rum, rum. Sechs Tonnen Eisen. Probeisen. So, der muss da hin. Das ist auch kein Problem. Mach das gleich auch noch. Und zwar Eisen da hin. Äh... Gewürze. Sechs Tonnen Eisen. Alles klar. Fünf Tonnen will der gute Mann. Hm. Und sechs Eisen. Ich brauche dringend ein weiteres Schiff, Freunde. Auf der... Nicht meine, oder? Ja gut. Warte mal. Sagt mal meine. Oder wollte ich halt nicht. Das war die da oben. Das war die da oben. So, Sechs Tonnen Eisen. Bist langsam repariert. Jo, das sieht gut aus. Hier keine Schiffe rum. Das sieht noch besser aus. Und deshalb... Petri Heil. Ach ne. Das wäre... Wäre die hier nicht. Aber... Die mit Petri Heil. So, das sieht auch gut aus. Der ebenfalls. Guten Abend. Ich glaube, langsam genug. Das heisst, Seilerei. Wie viel kostest du mich? Wie viel, wie viel, wie viel? Zwanzig. Äh... Waaah... Hm. Ich warte noch ein bisschen. Puh... Tja. Die Frage ist doch nun, wie geht es weiter, Leute? So, den Upgraden. Gut. Äh... Ich habe nicht mehr so viel Geld. Geld regiert bekannt an die Welt. Aber das habe ich ja nicht mehr. Tja. Vor allem, wenn ich so verschwenderisch bin. Ja, ja. Ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ich weiss doch. So, was mache ich hier unten mit euch, Leute? Gibt es etwas schöneres, als im Schatten zu sitzen und Datteln zu essen? Klar doch. Mehr Steuernzahlen. Der Upgraden droht auszubrechen. Oh, das muss ich mal gucken. Boah! Älter! Sieht aber geil aus, wa? Und das, Leute, ist das Fiese daran. Wenn ein Vulkan so aktiv wird, könnt ihr hier unglaublich geile Ressourcen finden. Und abernten. Nur eben, ihr seht auch, ähm... Ist nicht ganz ungefährlich. Und der Himmel färbt sich langs oder sicher schwarz. Schwarz wie die Nacht! Tja. War schön. Äh, die wollen hier was zum Glauben. Ja, dann glaubt doch mal. Ihr Gegner hat ein Handelsgebäude eingenommen. Schon wieder. Richtig fleissig hier. Äh... Das ist eigentlich noch. Ah, jetzt bist du ruhig da. Ihr habt wirklich getan. Das Ergebnis entspricht ganz euren Fähigkeiten. Danke. Schnelle hoch. Und dann wieder Tschüss. Sonst kommt der Arsch noch. Oh, der kommt auch schon. Ein kleines Kriegstift. Einfach eigentlich noch. Aber manchmal kurz kann ich den hier... Ja, ich weiss. Es ist ein Hobby. Anderer Mord als Hobby. Aber bei ihm ist es halt eindringend im freundlichen Gebiet. Ja, wer kennt das noch? Wer kennt die Serie noch? Mord ist ihr Hobby? Hm? Wer kennt's noch? Es war so ein Alterschunk, dass sogar ich ihn kaum noch kenne. Aber... Ja... Mir sagt zumindest noch was. Nö, der kommt nicht mehr. Der wieder hoch. Ja, voll. Soldadach. 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 Soll ich hier als Lockvogel spielen? Ja, wir können es mal versuchen. Vielleicht bringt sie was. Was? Wehe du fängst mich ab. Alter, ich schwör dir. Gut. So, wie sieht's eigentlich mit dir aus, Lord Richard Northburg? Könnt's mir bitte mal... Natürlich nicht. Was ist Voraussetzung 1 um 15? Hm. Okay, jetzt hat man das Kriegsschiff. Ich brauche 400 Ruhm. Alter! Alter! 500 Ruhm. Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Besuchst? 600 Ruhm? Alter! Wollte mich verarschen. Då werde ich doch richtig heiss. Wehe du greifst mich an! Wehe! Gut, braver Lucius! Bravo Lucius! So! Wo war ich stingenbleiben? Sie müssen tiefere Brunnen geraden! Ja, dort auch. Genau, die ist versenkt. Seht ihr hier null. Müssen wir wieder mal kurz ein bisschen auffrischen. Da freuen sie sich. Ihr könnt euch währenddessen machen. Gar kein Problem. Ist einfach immer... Der Preis wird immer angepasst. Was habt ihr zu vermelden? Was ist denn das? Das ist ein Kunstvollstextart. Halt die Kloppen, Mann! So, hast du noch was Wichtiges? So, Geschwindigkeit wäre noch gut, aber habe ich gerade nicht so... vor allem Ruhm, den brauche ich für mich selber. Sorry, Junge, aber... Oh, da kommen sie. Ich bin begeistert! Da kommen die Schiffe, da kommen sie auch ab. Tschüss! Also, da kommen ein paar und das ist mir ein bisschen zurückgefährlich. So, das ist nur einer. Da kommt schon der Zweite. Mit einem Kriegschiff nehmen wir sie auf. Aber mit Zweien, das ist mir doch ein bisschen zu heikel. Das ist mir ein zu heisser. So, ähm... Meine, 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 meine. Genau, 21, das ist gut. Äh, nee, ist schlecht, aber was soll's? 35, das bleibt. Hier geht's auch wieder hoch. Sehr schön Werkzeug ebenfalls. Es läuft, Freunde. Was wollte ich jetzt eigentlich hier unten noch machen? Äh, umbauen, stimmt. Dazu brauche ich aber auch noch Kohle. Ich wollte hier machen, 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 machen. Geht ja gar nicht. Schnauze. Ich wollte eigentlich hier was machen. Genau. Aber dazu brauche ich erst, glaube ich, den Zweiten hier oben. Was genau? Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Oh, geht's nicht. Spricht das Ganze hier von wegen... ...eine Moschee, genau. Oder hier auch... ...teppiche, das kann ich jetzt noch nicht machen. Eine Moschee wäre mal gut, aber lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, hast du schon mal gesagt. Aber es kommt der auch noch. Oh. Was ist das hier? Das stimmt ja. Ähm. Ich dachte gerade, es wäre mehr gewesen. Ah, jetzt kommt der... Jetzt kommt der etwa auch noch? Wieder weißt du auch nicht, aber egal. Tü, Tü. Und er haut ab. Er merkt es. Das sind wir zu viele. Tschüss. Also ich gehe mal da rüber. Tü, 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 tü. Die kosten ja nicht viel. Und dann dreht er ab. Schiffchen, mach's bitte hier ein bisschen schneller. Ich weiss, Lorelei, es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber du musst dich beeilen. Braucht's, braucht's nicht, es braucht's, es braucht's nicht. Gott sei Dank, hey, Gott sei Dank. So, das wäre für das Erste gerettet. Ja, wie gesagt, für das Erste, die Frage ist halt wie jetzt weiter, nicht wahr? Gut, hat's noch gemacht, alle Häuser repariert. Kann ich noch was hier abwenden? Hier geht immer noch nichts, schade eigentlich. 47 brauche ich hier, das würde passen. Kohle habe ich eben noch zu wenig für neues Manöver, das ist scheisse. Ich könnte allerdings was neues testen. Oh. Ja, das auch. Ähm, auch nicht mehr. Was ich noch testen könnte, Freunde, wäre nämlich, hier Ruhm zu tauschen. Goldmünzen gegen Ruhm. Genau, äh, achso, jetzt würde ich mal Ruhm einkaufen, nee. Doch, Molder, genau das wollte ich ja, genau das wollte ich ja. Das geht bei ihm gar nicht. Ja, ich glaube das wirklich, oder? Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung berichten. Gut, wir haben ja Ruhm jetzt von ihm noch, wenn das funktioniert. Ihr seid hier immer gern gesehen. Ja, hier natürlich mal nicht. Ich auch nicht, wie soll denn das? Oh. Ein bisschen wenig Kohle, was? Dieser Tribut wird eurem Ansehen bei Hofe dienlich. Ich brauche 400 insgesamt. Alter Schwede, da müsst ihr eigentlich eine Runde hier noch Opsqueen zocken. Aber nee, Opsqueen zocken ist nicht so mein Ding. Also, wenn es natürlich geht, wenn ich es vermeiden kann. Es gibt natürlich Spiele wie z.B. bei Pokémon, wenn ich da irgendwie trainieren muss. Der Einstück ist eines ihrer Handelsgebäude einzunehmen. Oder wenn der Typ mich wieder mal nervt möchte. Was macht der jetzt hier? Der hat ja gar keins. Mann, ich muss unbedingt mal da hier rauflocken. Das heisst eigentlich, die beiden Gebäude hier unten mal sein lassen, wa? Kann ich mich nicht irgendwie noch weglocken hier? Nee, ist ja schon alles. Hier nochmal, hier und... Nee, hier geht es nicht mehr. Tja. Selten dämlich, ich weiss, aber so ist das nun mal. Gut, die Kassen steigen. Luz ist gerade ein bisschen ruhig, das gefällt mir sehr. Hehehe, da kommt mir gerade ein Feind entgegen. Attacke! Oh, da unten sind noch ein paar. Kleinere Varianten. Äh, jetzt wird es ja gefährlich. Wenn die da auch noch mitmischen wollen, dann hast du ja wieder Wissen, wie der Lorelei. Ich brauche mein Flaggschiffchen. Das kostet mir das Null. Null! Null ist gut! Null ist super! Null heisst, es kostet mich nichts. Oh je, oh je. So, was hat die zweite Parts? Ach du Scheisse. Hehehe. Obwohl, ja die zweite Aufnahme, wa? Ja, Anus ist so ein Spiel, das geht schnell. Das geht wahnsinnig schnell. Einfach ein bisschen zu schnell, aber... Oh! Das zähle ich aber noch! Das zähle ich jetzt noch! Ding! Spass gönne ich mir! Scheisse, wenn der noch kommt. So, Logfugel spielen. Mann, ey! Gibt's einfach nichts. Ich kann kaum weg hier. Du, 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 du. Den schnapp ich mir! Den schnapp ich mir! Komm schon, hol'n dir! Guck, Alter! Ich hol'n dir! Du lässt mich hier stehen. Hey, Alter, was soll das? Ich bin hier! Na, kommt der auch noch? Boom! Seid ihr furchtlos oder naiv? Beides! Wie oft denn noch? So. Leider muss das sein, weil mehr geht grad nicht. Den hol' ich mir jetzt aber! Den hol' ich mir und versenke ihn! Weil der geht runter und heilt sich hier gerade. Und das, ich könnte so angreifen hier, ist gleich ein Problem, aber... Wieso mich mit einem Beschäftigen und dem anderen am Leben lassen, wenn der hier noch fit ist? Und ich hab' hier ja einen super Köder! Los ist jetzt auch still, das freut mich umso mehr. Äh... Äh... Ist halt die Frage, soll ich hier machen? Soll ich nicht? Ich hab' hier... Hm... Reicht eigentlich, wa? Milch! Milch, Milch! Hatte ich mir gebraucht. Und dann reicht sie aber auch. Das heils, ich lass' das mal. Neues Marktgebäude! Um hier mal kurz noch was zu holen! Oh mein Schiff! Weg da, weg da! Mein Schiff ist bald down! Bleib dich mal ein bisschen hier, schau! Seota ist gleich weg! Nein Seota! Überlebe, überlebe, überlebe! Du bist ein Arsch! Du wirst versenkt! Tee!